ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das heißt prinzipiell? Warte. Wenn du jetzt gleich nicht drei blaue siehst, dann wird das sehr merkwürdig. Also darf jemanden Investigaten auszusehen? Nimm mich. Also ich weiß nicht, also ich möchte ehrlich... Ja, Robby hätte ich gedacht, ne? Ich möchte persönlich aber Double wissen, weil über Double wissen wir jetzt gar nichts und ich hatte eigentlich vor, ihn irgendwie zu proven oder sowas. Warte, 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 warte. Das kommt jetzt aber ohne... Julian, warte, was hattest du? Was? Was hattest du? Drei rote. Also Double hat auf jeden Fall zwei rote. Ja, ich hab zwei rote. Ich glaub, Julian ist Fascho. Ich glaub nicht, dass... Julian? Ich glaub nicht, dass... Ich hab... Ich hab... Ich bin auch dafür. Julian, einfach aus Prinzipien. Deswegen, warum nimmst du nicht Sky? Warum nimmst du Double? Wen hat, wen hat, denke ich, Pink ausgewitzt? Pink, warum hast du eigentlich ausgewitzt? Ja, du kannst Sky, weil einer von euch hat gelogen. Pink. Du weißt ja, du weißt ja, was du Double gegeben hast. Warum solltest du jetzt... Pink! Du kannst auch gerne mich nehmen. Ja, nimm Sky. Weil einer von euch hat gelogen. Na, ich hab... Also, dann hat er gelogen. Weil ich hab die drei roten gezogen. Ich denk mal, ja, dass... Eine von euch gelogen hat, ja. Ja, mir egal. Ja, nimm ihn. Ja, nimm mich. Hart, hier, komm, du deine Hand drauf. Oh, ja. Ja. Oh, geil. Das ist geil, das ist überall. Okay, ich glaub, das beide sind Fascho. Ich will... Wir werden sehen! Ich will jetzt sagen... Mein Freundschirm, wenn ich mitmachen... Kann ich mitmachen? Dann haben wir einfach beide die Wahrheit gesagt. Dann seid ihr beide schwarzen lecker. So... Wie ist er das? Äh... Wahrscheinlich... Nehmen wir mal die, dann. Äh... Er ist noch ein Milchhauswinn. Okay, gut. Ich steh da nicht so drauf, geil. Also, äh... So lieb ich mir tut, äh... Julian Jesses... Du hast mich jetzt zwar confirmed, aber du bist für mich jetzt noch nicht proven, weil... Nö, das ist ja... Äh... Nur kurze Frage, wer vielleicht mal hat... Also... Was hast du jetzt bei ihm geguckt? Also... Was ist da? Er hat meine Rolle geguckt und hat confirmed, dass ich liberal bin. Okay. Schön. Ich glaub den beiden nicht. Musst du ja wissen, was du machst. Musst du selber wissen, was du tust. Du bist ja... Vielleicht war ich echt nur, ich hab drei rote gezogen und das war echt scheiße. Jo. Ja, ist doch nie. Es gibt... Sechs blaue. Ich mag deine Mama... Sechs blaue als rote angeben. Ganz dolle. Okay. Es gibt mehr rote. Ja, nee, aber jetzt... Jetzt gibt... Wir werden mal sehen. Roping wird uns gleich was erzählen. Er hat einfach auch drei rote gezogen und jetzt sind nur noch blaue drin. Kleine Geschichte. Immerhin. Ja gut. Ich hab mich nicht wahrgelassen. Wie viele hattest du? Zwei rote und eine blaue. Alles klar. Das heißt angeblich sind... Angeblich, wir können das noch testen, sind noch fünf blaue drin. Wir können das ja rückverfolgen einfach. Weil selbst wenn am Ende zwei blaue liegen bleiben, müsste das ja auffallen. Warum haben wir denn hier Mr. Mathematik in der Runde sitzen? Wer soll ich jetzt am besten wählen? Du scheiße, Mr. Wollsam. Wir haben hier zwei Mathematik. Hallo. Ich hab mal den letzten Eindruck. Ja genau, konfirm. Ich rede Ihnen damit, konfirmst du mich gleich mit. Wieso hast du den Grundschultest mitgeschrieben? Ich hab ihn echt nicht gehört leider. Was hat er gesagt? Ob er ein Grundschultest mitgeschrieben hat. Bro, kannst du die Zone mal ein bisschen kleiner machen. Nicht mal Double-Kind schreiben. Und alles offen. Jetzt hat er die Karten einfach umgedreht. Man kann es ähnlich sehen, was bei seiner Hand ist. Ach so, das ist echt nicht was Karte. Das heißt, dann können wir die Zone auch theoretisch wegmachen. Ja, das wäre aber uncool. Rein theoretisch ja. Aber dann sieht man, wo die Ja- und Nein-Karte ist. Ich will trotzdem wieder Zorn behalten. Ist besser. So. Jetzt sobald gelegt wird, würde ich von TLW gerne wissen, wie viel er gezogen hat. Aber damit wir uns zurückkonfirmen oder halt denyen können. Ich glaub's gell nicht. Na gut, ich hatte zwei blaue, ne? Und TLW? Was? Ja. Zwei blaue, eine rote. Zwei blaue, eine rote. Okay. Das heißt, wir haben insgesamt... Also das heißt in Karte, dass die beim wirklich eine rote ziehen. Also drei rote gezogen haben. Also es könnte sein. Dann müssten drei von fünf da drin noch blau sein. Das heißt, ich kriege mal eine blaue. Ich habe mir gerade in meiner Hose gekackt. Ehrlich. Okay. Gut. Richtig. Das heißt, wenn wir beide die... Wenn Julian die Wahrheit gezogen... Grün? Ernsthaft? Du wirst es wieder machen? Das ist ja jetzt... Du kannst ja... Ich kriege eh eine blaue, wir machen das. Wenn Julian die Wahrheit gesagt hat, wenn du jetzt drei rote ziehst, dann hat Julian gelogen. Oder ich natürlich. Aber... Ja. Aber ich weiß, dass ich nicht gelogen habe daher. Stimmt. Julian könnte ein Fascher sein. Zum Beispiel Hitler. Das kann jeder Fascher sein bisher. Ja, richtig. Ein geiler Move ja gewesen. TLW hat einfach nur zwei rote und eine blaue gezogen. Irgendjemand hat den gefolscht. Und TLW hat einfach Julian nur confirmed und den Arsch gerettet. Und die Leute, die jetzt nicht... Also, die jetzt gerade... Ich meine, warum ich gerade nein gemacht habe. Weil letztes Mal ist er mich ausgedrückt und hat mich zwei rote verpasst. Ja. Er hat gerade nein gesagt. Ja, ja, ja. Ich würde es mal kurz sagen. Okay. Ah, diesmal ist er so freundlich zu mir. Danke. Ja. Sehr gut. Hatte diesmal die Wahl. Hm? Hatte diesmal wieder die Wahl. Ja, dann sind halt zwei blauen drinnen geblieben. Das heißt... Ja, es könnte sein, dass Julian die Wahrheit gesagt hat. Also, ich glaube echt, dass... Ich glaube echt gerade, dass die beiden hier wirklich rote gezogen haben. Also... Das kann auf jeden Fall sein. Das ist natürlich echt richtig scheiße, wenn die ganzen beiden drehst. Erstmal beide drei rote sich gönnen. Das kann passieren. Das kann passieren. Das zwei blaue übrig bleiben. Das ist so unwahrscheinlich. Ja, aber es ist wahrscheinlich. Ja. Aber... Es ist... Es kann gut passieren. Die Karten dafür, dass es so gewesen ist. Also, ich misstrau's immer den beiden hier. Alles klar. So, wer... Wer hat das jetzt eigentlich... Wer misstraut den, damit ich das weiß? Wer? Roping. Roping misstraut seinen beiden Nachbarn. Alles klar, merke ich mir. Wer ist denn eigentlich am besten jetzt zu wählen als Kanzler? Warte... Warte... Könntest mich setzen? Julian hat mich confirmt. Wir haben ja gerade gerechnet... Ja, aber ich meine... Ich glaube... Die eine Seite ist auf jeden Fall liberal. Die andere... Double... Double wissen wir noch nichts. Der hatte nur nicht die Wahl... Ja, richtig. Daher... Double wissen wir noch nichts. Ja, wobei... Nein, nicht die einzige. Viele... Bis jetzt haben alle liberal gehandelt. Außer die, die keine Wahl hatten. Ja... Also, ich will nur kurz das sagen. Zwei Liberale sind gerade von mir. Und zwar die erste und die dritte. Glaube ich. Ja... 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 Ich weiß, aber ich wollte es nur kurz anmerken. Ich würde sagen... Let's... Let's das Ding zu... Ich würde den... Ich würde den echt nehmen. Dann kannst du mir... Okay, den Whelping ist auch okay. Ja, wegen dem Grundschuh willst. Wollt ich den lustig fand. Ja, okay. Ich fand den auch lustig. Der war okay. Ne, ich würde aber sagen... Ich würde mich nehmen. Weil, wie gesagt... Julian hat mich auch schon confirmed. Deswegen... Das stimmt. Gefällt mir auch nicht, dass alle einig sind. Aber warum sollte er das glauben, ne? Alle einig sind auch immer die Faschos. Höse. Das ist korrekt. Einig nicht kaltes Team. Jetzt kommt wieder zur dunklen Seite. Ich fahre zur dunklen Seite. Ich fahre zur dunklen Seite. Ich fahre zur dunklen Seite. Irgendwann wird es ausfällig sein. Äh... Selbst als Mathematiker bin ich dann irgendwann Entschuldigung. Aber ne. Entschuldigung. Aber nein. Entschuldigung. 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 Was natürlich jetzt auch sein kann, dass ein Beis Fascho ist. Und äh... Pink ist liberal. Und dass beide Faschos sind. Und beide sind wirklich liberal. Ja, es kann alles sein. Also, es kann gerade wirklich alles sein. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Das einzige, was nicht sein kann, ist, dass ich Fascho und Julian liberal ist. Weil dann hätte er mich aufgedeckt. Das ist die einzige Kombination, die nicht sein kann. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Das ist geil. Wiederholst du mal. Das einzige, was nicht sein kann, ist, wenn ich Fascho bin. Und dann wäre du liberal, weil dann hättest du mich aufgedeckt. Das hätte auch keinen Sinn gemacht. Leute, was denkst du? Soll ich grün auswählen? Leute? Wir sind beide liberal, wir können gemischt sein, das geht alles noch. Leute, soll ich grün auswählen? Was denkt ihr? Ne, er hat... Er hat ein bisschen... Ich hab eine blaue bisher gelegt, sonst nix gemacht. Ne. Spiel... Ja, du kannst doch noch grün wählen. Also, ich würd dabei bleiben, du könntest... Und ich trau immer noch nicht Julia. Ne, klar. Dann nimm. Dann nimm mich. Dann nimm mich. Aber da ich zu sehr schütte, würdest du mich sowieso auch nicht nehmen. Das ist noch grün. Wer sagt grad die ganze... Wer sagt grad die ganze Zeit nein? Oder so... Wer sagt das... Keiner sagt, dass Tim es... Nein, nimm nicht. Wer sagt das grade der ganze Zeit... Wer sagt grad die ganze Zeit immer nein? Wer sagt das grade? Wer sagt das grade? Wer sagt die ganze Zeit immer nein? Wer sagt das? Das bin ich, Voping. Voping? Achso. Ich denke mal, dass du mit TB besser fährst. Ich glaub, Voping ist Fascho und will nicht, dass grad ein Liberaler ein Liberaler wird. Ich bin dafür, dass du TB... Ist das... Und Voping vertraut sind... Ne... Leute, ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaub grad irgendwie, dass wir vier... Also jetzt mein jetzt links... Also hier aus meiner Sicht jetzt links... Also dass wir vier jetzt hier überall sind und dass die drei hier Fascho sind. Ich glaub eher, dass... Ich glaub eher, dass... Ich glaub die drei. Was? Ich glaub die drei sind Fascho. Ne, ich vertrau ro... Ich vertrau roping. Ich vertrau roping. Weil ich kann grad bei grün... Ich kann grad bei grün... Ich kann grad bei grün jetzt nix so wirklich was sagen. Er hat mir zwar die Wahl gelassen... Ja, sowio... Ähm... Braun... Kleine haben mir die Wahl gelassen... Aber trotzdem... Ich bin da fast ein bisschen unsicher grade. Ich würd grün wählen. Na klar bist du unsicher. Boah... Schwierig... Warte... Wer ist dafür, mich zu wählen? Wawping? Wawping? War Wawping nicht gegen mich? Nein, war ich nicht. Moment, wer ist jetzt mich? Achso... Ey... Scheiße... Hä? Wer war denn gegen mich? Keine Ahnung. Also von euch beiden kam ja die... Die ersten zwei Faschoskarten. Okay. Ja, wie wir inzwischen nachgewiesen haben ohne... Äh... Wollen. Naja... Ja... Naja... Nachgewiesen nicht wirklich. Also... Es kann ein Glück sein, dass du zum Beispiel Hitler bist... Und er ist Fascho und einfach gesagt, du bist überall. Das kann gut sein. Will ich nur mal kurz anmerken. Das geil gewesen ist... Geil gezwungen wurde... Die Roten zu legen und Björn ihn proben wollte... Und ihn als liberal gecallt hat, damit Hitler wieder fein raus ist. Weil er ja immerhin Rote gelegt hat. Weil ich Hitler bin jetzt? Oder was in deiner These? Ja. In meiner These, ja. Okay, ja gut, dann wähl mich nicht. Das wäre dann eine schlechte Idee. Ich nehme grün. Aber nee, nicht bei... Gut. Ich... ich nehme grün. Ich habe gerade... Ich glaube, dass er Hitler ist. In meiner These. Ja, ich meine... Selbst wenn der Hitler ist... Außer wir sind gar nicht in der Hitler-Phase, aber auch. Der kann doch nicht gewinnen. Äh... Und Jörn, warum gibst du denn? Erzähl mal. Was? Nicht für AFK. Ja. So, was? Hab dich nur schon ab und zu mal schreit. Okay, bei Hiddensan. Nein, okay. Gut zu wissen. Achso. Nee, ich... Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Weil der shootet die ganze Zeit gegen alles hin. Es hat noch nicht einmal großartig gespielt, aber okay. Ja doch, aber der vertraut... Ja gut. Ja, ja, jetzt alles klar. Ich vertraue jetzt eigentlich nur den Leuten zu meiner Lieber. Ich muss gerade wissen, welchen... Und... Das ist scheiße. Haben wir jetzt... Ja, Jörn hat gerade ohne Anhalt probiert gegen ihn zu shooten. Tim, kannst du... Nein? Ich muss meine Intention... Ja, überlegen. Na klar, du würdest gerade ohne Anhalt gegen ihn shooten. Ich kann euch... Ich kann euch... Ich muss gerade eine Musik einfügen. Zum Satz. Dum, 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 dum. Nein. Dino könnte echt Hitler sein. Könnte jeder Hitler sein. Ja, das stimmt. Hast du es hingelegt? Ja. Ich finde es gut für dich. Okay, durch. Ja, komm. GG. War ich schon? Ja, super geil. GG. GG. Egal ob der Fascho ist oder liberal. GG. Ja. Komm, bitte sag mal... Zwei Liberale ohne Fascho. Ja, das war in Blau. Hey. Und du bist Hitler, oder? Ja, ist Hitler. Was wir gesagt haben, war die Wahrheit. Wir haben halt echt so gezogen. Ja. Ey, ist das geil. Ja, das ist natürlich dann echt schlecht gelaufen, oder? Richtig, das war einfach... Ey. Hahaha. Ist das geil. Ey, aber... Sorry, Grün, ja. Aber ich... Komm, ich hatte grad zwei Liberale. Ich hatte grad zwei Liberale. Ich musste grad das machen. Ganz safe. Ja, das ist klar. Du, Fasches-Projekte hat mal gemeldet. Er zufrieden in den Grünschuh. Oh, der will gerade. Ja, das war von Anfang an. Ja. Ja. Okay Leute. Das war ne echt geile Runde gerade. Ich hab mir jetzt n Daumen hoch zu n daumen hoch die wieder geblieben. Tschau bis zu n da... Okay, dann wie ist das? Tschö. Vielen Dank.